Wenn der Knetzgau bereit ist und wie wir da sind! Markus Fahn und Knetzgau sind fit fürs Finale. Wir sind auf alle Fälle hoch konzentriert. Wir bereiten uns auf diese Aufgabe mental vor und wir die Stirn ein bisschen. Bayern 3-Kollege Bernhard Fleischi-Fleischmann ist in Ilchenried. Auch die Oberpfälzer sind siegessicher. Kurz nach acht. Es wird ernst. Knetzgau schickt seine Kandidaten ins Rennen. Bayern 3-Frühaufdreher Markus Fahn stellt die erste Aufgabe. YMCA, den Song, die erste Strophe und den Refrain gesungen von einem Kirchenmitarbeiter, einem Polizisten und einem Feuerwehrmann. Auch Ilchenried hat singende Polizisten und Pfarrer zu bieten. Beide Orte haben die erste Dorfmission gemeistert. Punkt für Knetzgau und Ilchenried. Als nächstes ein Quiz. Elisabeth muss für Ilchenried erraten, welcher Song nicht von Sascha ist. Wer es als erster weiß, kriegt den Punkt. Marco geht für Knetzgau ins Rennen. Irchenried hat gerufen, um Knetzgau. Eine knappe Entscheidung. Ilchenried führt 2 zu 1. Enttäuschung in Knetzgau. Die nächste Herausforderung. Ein Worträtsel. Wenn Ilchenried jetzt gewinnt, ist Knetzgau raus. Das ist alles entscheidende Frage. Was ist ein Freistaat zwischen 2 und 4? 1, 2, 1, 3! Das war Marco. Ausgleich 2 zu 2. Die letzte Frage entscheidet über den Sieger. So knapp war es noch nie. Wie viele Alben hat Sänger Sascha bis jetzt veröffentlicht? Ist drauf 17. Ja, 17. Knetzgau sagt, Sascha hat insgesamt 7 Alben veröffentlicht. Welches Dorf ist es? Das Bayern 3 Dorffest steigt am 5. September 2009 in Unterfranken. Sascha wird also am 5. September Knetzgau rocken. Der einzige Trost für die Irchenrieder. Knetzgau ist nicht mal 2 Autostunden entfernt. Und dann wird gemeinsam gefeiert. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Und wir sind die Champions. Wir sind die Champions. No time for losers, cause we are the champions of the world.